Herzlich Willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute ein richtig cooles Thema. Naja, ich hab euch was verheimlicht. Und zwar habe ich mir ein neues Pferd gekauft. Kein Pony, sondern wirklich ein Reitpferd. Und zwar auch schon vor einer Zeit. Ich habe es nur noch keinem verraten. Und ja, Juki, ich würde sagen, heute lüften wir mal das Geheimnis. Ja, es ist einfach so cool und macht mich so glücklich. Ja, ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte und die fehlen mir selten. Da ist mir trotzdem ganzes Schnee nicht kalt. Gell, Juki? Da wird es uns gleich ganz heiß ums Herz. Und ja, ich würde sagen, ich zeig ihn euch mal. Bringen wir mal Juki weg und dann stelle ich ihn euch mal vor. Ja, da ist Juki sogar ganz aufgeregt. Let's go! Komm Juki, komm! Ja, die Story, wie ich zu ihm gekommen bin, ist tatsächlich ganz witzig. Weil eigentlich waren wir gar nicht wegen diesem Pferd an diesem Stall, sondern wegen ganz anderen Pferden, die wir da angeschaut hatten. Und ja, der stand gar nicht zur Debatte eigentlich und wäre gar nicht geplant gewesen. Aber naja, ich war dann da in diesem Stall und schaue mir halt die Pferde an und schaue in die Box und sehe dieses Pferd und mein Herz wurde erwärmt. Ungelogen. Ich habe dieses Pferd gesehen und wusste, dieses Pferd muss irgendwie zu mir. Es muss irgendwie möglich gemacht werden. Und ja, und war schwer verliebt. Ja, ich bin dann wieder heimgekommen und hatte schlaflose Nächte, weil ich mir überlegt habe, oh mein Gott, dieses Pferd muss einfach zu mir. Und ja, es war irgendwie gleich. Klar, ich habe trotzdem noch lange überlegt. Das ist auf jeden Fall eine riesige Entscheidung. Aber ich wollte schon immer ein Nachwuchspferd, was ich halt wieder von klein an ausbilde, wie halt auch Wolli und Sparky, die ich ja beide mit drei und vier Jahren schon bekommen hatte. Und denen ich halt, ja, alles lernen kann, alles zeigen kann und man halt zusammen alt wird. Und ja, dann hat sich alles so gefügt, wie es kommen sollte. Er hat die AKU hervorragend bestanden und ja, dann habe ich ihn gekauft. Und ich bin nach wie vor so, so glücklich. Und jetzt würde ich sagen, höre ich mal das Reden auf und zeige ihn euch einfach mal. Kommt mal mit. Ja, er steht auch schon mit Wolli und Gainesville zusammen. Mit Wolli klappt es noch nicht ganz so gut. Wolli ist ein bisschen schwierig, aber Gainesville und er lieben sich. So, jetzt zeige ich sie euch mal. Hier ist er, der hübsche Kerl. Oh mein Gott, der ist immer noch einfach so wunderschön. Wir lieben uns sehr, wir lieben uns sehr, gell? Ja, hier seht ihr ihn jetzt mal. Er ist noch ein richtig junger Kerl. Super, super verspielt und verschmust und einfach wunderschön. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Wunderschön, aber er ist wunderschön. Ich liebe ihn so. Er hat noch voll das Babygesicht. Ja, er ist noch ein kleines Baby und darf ganz viel lernen. Ich gehe aktuell ganz viel mit ihm spazieren. Ganz, ganz viel Gassi gehen wir, weil so gewöhnen die sich halt an alles vom Boden aus. Und ja, er ist auch echt eine coole Socke, muss ich sagen. Und ich freue mich einfach so, euch auf unserem Weg mitnehmen zu können. Und ja, ich glaube, unsere Zukunft wird noch ganz toll werden. Wir werden viel erleben und es ist auch natürlich geplant, dass er später mal fürs Turnier wird. Und wir eine erfolgreiche Zukunft haben werden. Und dann soll er natürlich auch Show- und Filmpferd werden. Aber mal schauen, was ihm auch Spaß macht, wofür er sich eignet. Aber er ist so ein cooler und liebt Menschen und Kuscheln und alles. Von dem her glaube ich, er ist ein Pferd für alle Fälle. Und er ist einfach Sparky so ähnlich. Ich sage es euch, ich glaube, deshalb habe ich mich auch so sehr verliebt von seiner Art her. Er ist wirklich so gleich wie Sparky. Es ist echt krass. Sparky habe ich damals genauso jung bekommen. Und ja, ich weiß es auch nicht. Die sind sich einfach so ähnlich, auch vom Körperbau und allem. Es ist echt einfach witzig, nur eine andere Farbe. Er ist jetzt auch schon ein bisschen bei uns. Am Anfang, als er zu uns kam, war er sehr aufgeregt, gell? Erstmal. Aber das war natürlich auch alles neu für den Burschen hier. Und wir hatten ihn auch erstmal extra in der Paddockbox vorne. Nachts stand er neben Gainesville. Dann haben sich die beiden schon mal gleich direkt angefreundet. Aber es war natürlich alles sehr aufruhigend. Und wir wohnen hier auch mitten im Ort, wo halt wirklich zig Autos vorbeifahren und voll viel Action einfach ist. Aber mittlerweile ist er da richtig cool und fasziniert mich jeden Tag aufs Neue, gell? Also, ich bin sehr, sehr glücklich mit ihm. Schmusebär. Ein Schmusebär. Und ja, er ist auch ein Reining-Pferd. Western gezogen aus Reining-Linien. Ich möchte ihn aber auch Richtung All-Around trainieren und verschiedene Disziplinen starten und einfach vielseitig ausbilden. Und gerade mit so einem jungen Pferd finde ich Geländetraining einfach extrem wichtig, die halt auch zu desensibilisieren. Und ja, wir werden jetzt auch mit der Freiarbeit anfangen. Das finde ich auch einfach richtig cool, um ein Pferd kennenzulernen und halt einfach auch eine Beziehung aufzubauen vom Boden. Und gerade für junge Pferde einfach mega. Ja, Tricks werde ich ihm jetzt erstmal noch nicht lernen, weil er ist eh eher ein frecher Kerl. Deshalb starten wir jetzt erstmal mit den Basics der Freiarbeit. Und ich freue mich, da werde ich euch auch viel mitnehmen und Videos zeigen. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich da macht. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr gut werden wird. Das ist ein neues Halfter. Einfach so schön flauschig. Das steht hier so gut. Ach ja, und ich muss dazu sagen, mein Traum war mein Leben lang. Ich wollte eigentlich nie ein Palomino. Ich wollte mein Leben lang ein schwarzes Pferd. Das war schon immer mein Traum. Ich habe als Kind Black Beauty angeschaut. Und dann war für mich klar, es muss ein schwarzes Pferd werden. Aber dann habe ich mich unsterblich in Wolli verliebt. Und Wolli ist halt ein Palomino. Und so bin ich zu Palominos gekommen. Und jetzt ist mein Traum wahr geworden von einem schwarzen Pferd. Wobei er eigentlich dunkelbraun ist und nicht schwarz. Aber ich finde, er ist ein schwarzes Pferd. Ja, er ist auch echt lieb und recht verträglich. Wolli ist dann nicht so einfach. Aber gut, er ist ja auch noch super jung. Musik So, jetzt seht ihr mal die ganze Pracht. So ein schickes Pferd. Ist das nicht ein hübsches Pferdchen? Ich versuche auch einfach so viel Zeit wie es geht mit ihm zu verbringen. Um halt einfach eine gute Beziehung aufzubauen. Ganz viel spazieren zu gehen. Schrecktraining zu machen. Ihn zu putzen. Einfach Sachen zu machen, die ihm Spaß machen. Und ja, damit wir uns einfach gut anfreunden. Und der Kerl mich auch mag. Ja. 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 Jetzt habt ihr ihn auf jeden Fall mal gesehen. Mein Geheimnis ist gelüftet. Und ja. Ja. Sein Name fängt auf jeden Fall mit B an. Aber den verrate ich euch heute noch nicht. Es gibt jetzt bald ein Facts über ihn Video. Wo ich alles erzähle. Ihr dürft gerne mal Fragen stellen, was ihr alles wissen wollt. Was euch interessiert. Was euch interessiert. Und dann erzähle ich euch noch mehr zu ihm im nächsten Video. Und ja, jetzt genießen wir erstmal den Tag. Werden jetzt noch eine Runde spazieren gehen. Bevor es dann dunkel ist. Und ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, er gefällt euch auch so gut wie mir. Und ja, ich hoffe wir haben eine tolle Zukunft miteinander. Und wir werden gemeinsam alt hier. Also macht's es gut und bis bald. Tschüss.